Was macht der Rücken, fragt Rees46. Also, ich war heute zum ersten Mal beim Orthopäden. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe Probleme mit meiner Bandscheibe schon seit, hat in Mexiko angefangen. Also es sind jetzt bestimmt schon fünf Monate, fünf bis sechs Monate habe ich schon Probleme mit meiner Bandscheibe. Und mit einem Grund, warum ich auch nach Deutschland gekommen bin, um zum Arzt zu gehen, um das mal checken zu lassen. Ich habe halt auch dann auch ein komplettes Blutbild nochmal gemacht und auch meine Stuhlprobe abgegeben und so einfach zu schauen, gesundheitlich, was da los ist. Weil ich mir nicht sicher war, dass es vom Rücken kommt, die Schmerzen, weil die auch so ein bisschen in den Bauch gestreut haben. Und ja, dann war ich beim MRT und da haben wir erst mal eine Hüfte gemacht. Da ist dann rausgekommen, dass ich so eine leichte Entzündung an der Hüfte habe. Aber es ist nichts Wildes, das hat er gemeint, kann man mit ein paar Dehnungstherapien, kann man das wieder hinbekommen. Aber die Schmerzen waren so extrem, dass er gesagt hat, wenn die nicht besser werden, dann kommen nochmal, dann machen wir nochmal ein MRT von der Lendenwirbelsäule. Dann war ich letzte Woche da, habe ein MRT gemacht für meine Lendenwirbelsäule. Und da ist dann halt rausgekommen, an der Bandscheibe, dass ich eine Bandscheibenvorwölbung habe. Es ist kein Bandscheibenvorfall, es ist eine Bandscheibenvorwölbung, aus der aber auch schnell ein Bandscheibenvorfall werden kann, wenn man sich nicht jetzt drum kümmert. Dann habe ich natürlich auch gefragt, wo das herkommt, weil einer der Rees hat gerade gefragt, durch falsches Heben, oder? Wo das herkommt und ganz genau kann man es natürlich nicht sagen, aber wahrscheinlich ist es so, dass es bei mir von meinem jahrelangen hartem Training kommt. Ich habe gerade auch in den Anfangsjahren, wo ich angefangen habe zu pumpen, immer sehr schwere Gewichte bewegt. Das war immer so mein Fokus, mich zu steigern, stärker zu werden. Habe gedacht, dass ich auch immer die richtige Technik habe und solange ich die beibehalte, dass es dann keine Probleme geben wird. Aber habe jetzt dann gemerkt, dass ich halt auch sehr wenig auf meine Haltung geachtet habe, gerade weil ich ein Hohlkreuz habe. Und beim Bankdrücken zum Beispiel, war bei mir der Fokus immer die Brust rauszudrücken und habe ein extremes Hohlkreuz gemacht und dann das harte Gewicht halt bewegt. Aber auch bei ganz anderen Übungen. Also ich glaube, das hat sich so mit den Jahren durch leichte Fehlhaltung und durch Übertreibung von Gewicht so entwickelt bei mir. Und dann kamen noch ein, zwei Dinger dazu, wie ich habe auch zwei, dreimal in Mexiko schwer gehoben, habe einen leichten Scooterunfall gehabt. Kam halt alles so ein bisschen mit dazu. Weißt du, Abnutzung, tollig, genau. Abnutzungserscheinungen. Und früher haben die Leute mir immer gesagt, ey, Bro, pass auf, guck mit Technik, guck, dass du nicht zu viele Gewichte bewegst. Glaub mir, in zehn Jahren wirst du irgendwas merken. Kennt ihr die Leute, die euch versuchen wollen zu sagen, so in zehn Jahren, in zehn Jahren und ihr einfach in eurem jugendlichen Leichtsinn sagt, scheiß auf zehn Jahre, ich will einfach einen geilen Körper haben? Lass das. Ich spür's dir. Also an alle Leute, die gerade angefangen haben zu pumpen oder die auch schon länger, bisschen länger trainieren, guckt halt wirklich, dass ihr gesund trainiert. Übertreibt nicht mit den Gewichten. Achtet auf die richtige Technik. Man kann auch mit weniger Gewicht gute Muskeln aufbauen. Und am Ende des Tages ist die Gesundheit und das Wohlbefinden in seinem eigenen Körper steht auf jeden Fall im Vordergrund so. Weißt du, was ich meine? Deswegen bleibt cool. Ich werde jetzt halt meinen Lifestyle so ein bisschen umbauen. Ich war jetzt heute nach dem Physiotherapie, also ich war heute bei der Physiotherapie, da hat er mir schon so ein bisschen ein, zwei Sachen gezeigt und hat auch schon mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen abgetastet und sich einfach einen Überblick verschafft so. Und danach war ich noch kurz trainieren und er hat mir halt auch gesagt, auf was ich achten soll beim Training. Und für mich ist es halt jetzt einfach wichtig, dass ich nicht mehr ins Gym gehe, um alles zu ficken. Das war halt, seitdem ich angefangen habe zu trainieren, bis heute so mein Ding. Ich will einfach alles ficken, alles auseinandernehmen, 100% Vollgas geben, auch mal reißen ist egal. Und das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Das kann ich halt jetzt erstmal nicht so machen. Ich muss halt bewusst trainieren. Ich muss gucken, dass ich meinen Bauchnabel schön nach innen ziehe, dass mein Rücken immer gerade ist. Beim Bankdrücken gucken, dass mein Rücken auch mal gerade ist. Also ich muss jetzt halt schauen, dass ich, wenn ich trainiere, meine Wirbelsäule nicht zu krass belaste, meine Rücken- und Bauchmuskulatur wieder ein bisschen mehr aufbaue, gerade so die Core-Stabilität. Und vielleicht auch ein bisschen mehr freieres Training jetzt einbaue und ein bisschen mehr auf dieses Ästhetik-mäßige gehe. Also zumindest mal, bis die Schmerzen wieder weg sind, muss ich auf jeden Fall so ein bisschen chillen. Ja. Hast du immer noch ein Hohlkreuz, fragt der Reese. Ja, schon immer, Bro. Das wird auch so schnell nicht mehr weggehen, denke ich. Gesundheit ist alles, Freunde. So ein paar Monate Rückenschmerzen, dann werdet ihr merken, Alter. So ein paar Monate Rückenschmerzen haben mich schon komplett aus dem Leben rausgefickt, sage ich dir ehrlich. Also irgendwann bist du nur noch der Schmerz, Bruder. Du stehst auf, du gehst schlafen, du isst, du machst alles, was du machst und du spürst die ganze Zeit den Schmerz. Wenn ihr das noch nicht hattet, dann stellt es euch vor und achtet halt drauf, dass euch das nicht passiert. Und das könnt ihr vorbeugen, indem ihr immer schön euren Rücken gerade behaltet und einfach eure Wirbelsäule nicht so krass belastet, egal wie alt ihr seid. Yes, Sir. Sanchez fragt nochmal, hast du Probleme mit der Bandscheibe, weil du falsch trainiert hast oder von was kommt das? Fragezeichen. Ja, also mein Physiotherapeut, den ich jetzt gerade, es ist halt auch schwer für mich jetzt hier Aussagen zu treffen, weil man weiß da auch natürlich nicht genau, okay, also die Ärzte wissen selber, können mir selber nicht ganz genau sagen, wo es herkommt. Mein Physiotherapeut hat gemeint, es hat sich wahrscheinlich über die Jahre so aufgebaut. Ich habe ja auch eine Knieoperation gehabt auf der linken Seite und habe danach wieder schwer trainiert und habe vielleicht Disbalancen gehabt im Becken. Dann habe ich sehr schwer gehoben. Dann habe ich, glaube ich, viel zu oft ein Hohlkreuz gemacht beim Trainieren. Viel zu oft ein Hohlkreuz gemacht und unbewusst trainiert einfach. Mir ging es immer nur darum, wenn ich Brust trainiere, dass ich meine Brust spüre. Ich habe darauf geschissen, ob mein Rücken vielleicht faxten dabei macht oder nicht so, weißt du? Ich habe nie auf meinen Rücken so einen krassen Fokus gelegt und das ist halt, das kann einen halt irgendwann wieder einholen. Wenn ihr nur Brust, Bizeps pumpt die ganze Zeit, euren Rücken nicht stärkt und oben auf einmal so ein Monster seid, aber euer Core und euer Rücken, also euer Rumpf, das nicht stabilisieren kann, dann bilden sich über die Jahre, können sich da richtig beschissene Geschichten an der Wilbelsäule bilden und das wollt ihr nicht, weißt du? Deswegen immer schön drauf achten, immer schön drauf achten, immer schön bewusst trainieren, hört in euch rein, man kann das spüren so, weißt du, wie ich meine? Aber, also alle Leute, die auch pumpen wie ich, die wissen es, du gehst ins Gym, du willst Rücken trainieren, du machst Gewichte rein. Ab irgendeinem Punkt kannst du nicht mehr deinen ganzen Körper unter Kontrolle haben, sodass nichts aus der Bahn gerät, weißt du, was ich meine? Und das ist halt, das ist halt die Sache, wo dann auch schnell was passieren kann, gerade im Alter, so. Und das ist das, was ich jetzt gerade ändere. Alleine Sitzposition, genau, du sagst es. Ich habe jetzt auch seit vier, fünf Tagen angefangen, ich habe ja hier so einen coolen, so einen coolen, tschüssi. Kriegt ihr mich ganz weg, Digga? Einfach raus. Auf jeden Fall habe ich hier so einen Tisch, wo ich hoch und runter, ich werde auch während dem Stream jetzt gleich mich auch mal hinstellen zwischendurch. Und das ist auch wichtig, ab und zu, weil ich sitze auch teilweise stundenlang an einem Video oder an einem irgendwas dran und bin so am bearbeiten und dann gehst du auch voll schnell aus der Form, machst mal das Bein so unten drunter, rutscht voll nach hinten, so. Dann hängst du dann so halb auf acht, auf halb acht so rum, Wirbelsäule voll Ding, so und dann sitzt du mal so drei Stunden und schneidest ein Video, weil du voll im Tunnel drin bist. Auch nicht gut. Survive YouTube. Ey, shit man, Survive ist auch am Start, bro. Der Survive hat mir auch direkt, hat mir direkt tausend Video-Links geschickt, hat mir Tipps gegeben und so, weil er auch ein Brä ist, der sich gut auskennt. Ich werde mit ihm auch mal telefonieren jetzt die Tage. Und zwar schreibt der Survive, Bandscheibenvorwölbung kommt davon, dass wir die hauptsächlichen Tätigkeiten immer nur vorne machen. Unsere Wirbelsäule kennt nur noch den Weg nach vorne, deswegen drückt die Bandscheibe nach hinten raus. Ah, okay, krass. Doch einfach, ähm, Wirbelsäulen-Mobilität ist das A und O. Unsere Wirbelsäule hat krass viele Möglichkeiten. Kennt man aber nur noch den Weg nach vorne. Ah, okay, 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 okay. Das ist oft ein großes Problem. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Geil. Ey, ich werde auf jeden Fall dich nochmal callen, Bro. Dass wir nochmal quatschen können, weißt du? Respekt, dass du wenigstens deinen Vielleicht-Fehler einsehen tust. Jetzt mach es halt besser und sauberer. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Jetzt einfach schön bewusst trainieren zu gehen. So. Auch mal so, weißt du, ich bin halt so ein Typ, ich gucke kurz in den Spiegel rein und ich sehe, Bizeps wird ein bisschen kleiner. Dann nehme ich direkt die größte Bizeps-Kurzhantel und mache Wiederholungen und denke, dann wird der größer so. Das ist halt dumm. Das ist halt reines Ego. So, man muss halt, man muss halt, das habe ich damals schon gepredigt, aber leider nie richtig selber hundertprozentig gelebt. Man muss halt im Gym auch mal das Ego zu Hause lassen. Da geht es nicht nur um Reißen. Da geht es nicht nur darum, die krassesten Gewichte zu bewegen oder stärker zu sein als der neben dir auf der Bank. So. Nee, nee, das ist es nicht. Weißt du? Das ist es nicht. Da muss man sein Ego manchmal echt einfach zu Hause lassen und auch seinen Körper hören.